Hallo zusammen. Es gab in letzter Zeit in Verbindung mit gewissen Autoren die Diskussion, ob man ein Werk vom Erschaffer dieser Werke trennen kann. Oder um es weniger freundlich auszudrücken, kann man ein Buch mögen, auch wenn der Autor ein absolutes Arschloch ist. Und generell würde ich dazu sagen ja, aber es gibt etwas, auf das man achten sollte. Denn wenn ein Autor, sagen wir einfach mal rein zufällig, ein hasserfülltes Stück Scheiße ist, dann blutet dieser Hass in die Werke dieses Autors über. Okay, ich sollte vielleicht ein Beispiel nennen dafür. H.P. Lovecraft war ein Autor, der nach seinem Tod sehr einflussreich wurde. Er hat unter anderem das kosmische Horror-Genre im Grunde komplett neu erfunden. Allerdings war er ein gewaltiger Rassist. Und auch wenn sich seine Geschichten niemals explizit mit Rasse befasst haben, gibt es einen ganzen Haufen Sachen, die aus seinem Hirn da reingeblutet sind in seine Storys. In Shadow over Innsmith ist der große Horror, dass sich Menschen mit einer anderen Rasse gekreuzt haben. In Call of Cthulhu sind die Kultisten ein bunt gemischter Haufen von schwarzen amerikanischen Ureinwohnern und gemischtrassigen Leuten, während die Protagonisten rein zufälligerweise alle weiße Männer sind. Und in Herbert West Reanimator beschreibt Lovecraft einen Schwarzen als ein Gorilla-ähnliches Ding, dessen Gesicht Gedanken an die unaussprechlichen Geheimnisse des Kongos aufwirft. Und ein anderer Charakter, der in Anführungsstrichen irisch ist, wird beschrieben als ein tölpelhafter Junge mit einer sehr uneuropäischen Nase. Und der Grund, aus dem hier irisch in Anführungsstrichen ist, ist, dass dieser Charakter höchstwahrscheinlich jüdisch war, aber das war die eine Story, für die Lovecraft einen Editor gehabt hat. Also, langer Rede, kurzer Sinn, Lovecraft war unheimlich rassistisch und seine rassistischen Gedanken haben sich in seine Geschichten reingeschmuggelt. Und nachdem ich jetzt ein allgemein akzeptiertes Beispiel gegeben habe, reden wir über das kontroverse Beispiel. J.K. Rowling ist ein TERF. Für die von euch, die den Ausdruck nicht kennen, TERF steht für Trans-Exclusionary Radical Feminist und bedeutet etwa so viel wie eine transphobe Person, die ihren Hass durch, in Anführungsstrichen, feministische Argumente belegt. Das heißt, wo andere transphobe sich auf die Bibel berufen und sowas sagen wie, Gott hat nur zwei Geschlechter erschaffen, oder sich auf ihr fehlendes Verständnis von Biologie berufen und sagen, es gibt nur Mann und Frau, sagen TERFs, nein, aber Frauen sind nur Männer, die Frauen wehtun wollen und darum verkleiden die sich als Frauen. Ach Gott, ich brauch ne Dusche, ist ja ekelhaft sowas zu sagen. Also, langer Rede, kurzer Sinn, J.K. Rowling hat einen unbändigen Hass auf Trans-Individuen. Das kann man in einigen ihrer Werke sehr, sehr offensichtlich sehen, aber das blutet unter anderem auch in Harry Potter durch. Unter anderem darin, dass weibliche Charaktere, die unsympathisch sein sollen, häufig sehr männlich beschrieben werden. Ein Slytherin-Mädchen, das unsympathisch sein soll, wird als groß mit einem breiten Kinn beschrieben. Rita Kimcorn, diese eine Reporterin, die da rumläuft, wird als eine Frau mit großen männlichen Händen beschrieben. Und die Tante, die von Harry aufgeblasen wird, hat einen Schnurrbart. Das heißt, auch wenn J.K. Rowling nicht aktiv versucht, ein hasserfülltes Stück Scheiße zu sein, soweit ich es hier nachweisen kann, blutet dieser Hass trotzdem in Harry Potter rein. Der Grund, warum ich das Video jetzt hochlade und nicht irgendwann anders, ist, weil Rowling schon wieder auf Twitter trendet und ich die Klicks brauche. Und zum anderen, weil ein neues Harry Potter Game, Hogwarts Legacy, jetzt irgendwann released werden müsste. Und es hat sich herausgestellt, dass einer der Entwickler von Harry Potter Legacy ein klein bisschen rechts lehnt, um es freundlich auszudrücken, und der Plot des neuen Games ist, wartet, ich hab's mal aufgeschrieben, die Bolschewisten verbünden sich mit den Juden, um die Weimarer Republik zu stürzen. Entschuldigung, Entschuldigung, da war ein Fleck auf dem Papier. Was ich sagen wollte, war, böse Zauberer verbünden sich mit den Goblins, um die Zaubererwelt zu stürzen. Ihr wisst schon, Goblins, die kleinen Typen mit den großen Nasen, die gierig sind und Geld mögen und denen die Banken gehören. Die nicht dieselben Rechte haben wie Zauberer, weil sie von Zauberern als minderwertig angesehen werden. Genau, der offensichtliche antisemitische Stereotyp, der in Harry Potter rumläuft, genau die. Also die Goblins starten eine Rebellion, weil sie mehr Rechte haben wollen, und es ist ein wichtiger Teil der Hauptstory, diese Rebellion im Keim zu ersticken oder brutal niederzuschlagen. Ich sage nicht, dass man Harry Potter nicht mehr mögen darf. Ich sage nur, dass für mich die fraglichen Aspekte von Harry Potter langsam eine kritische Menge annehmen. Und ich meine das vollkommen ernst. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand weiterhin Harry Potter liest und sich die Filme anguckt und sonstiges. Ich kann nachvollziehen, dass Harry Potter für viele Leute ein wichtiger Teil der Kindheit und der Entwicklung war, und dass man sehr viel daraus gewonnen hat. Und dass man sich diesen wichtigen Teil der Kindheit und von einem selbst nicht wegnehmen lassen will, nur weil J.K. Rowling ein herzloses Monster ist. Aber ich kann auch verstehen und bitte von anderen um Verständnis dafür, dass einige Leute sich von Harry Potter und der kompletten Wizarding World einfach nur abgestoßen und ausgeschlossen fühlen, eben weil sie zu Gruppen gehören, die von Rowling entweder in einem Licht dargestellt werden, was sehr fraglich ist, oder weil Rowling explizit sagt, dass diese Personen nicht existieren sollten. Ich finde es persönlich sehr traurig, dass etwas, das für Tausende eine Quelle von Inspiration und von Hoffnung gewesen ist, jetzt für so viele andere einfach nur dieser dunkle Fleck von Hass geworden ist. Aber ich hoffe, dass wir hier dieselbe Chance haben wie mit den Werken von H.P. Lovecraft. Denn auch wenn Lovecraft selber ein hasserfüllter, ängstlicher Mann war, gibt es so viele Autoren, die seine Ideen und seine Grundkonzepte aufgreifen konnten, um damit etwas Fantastisches und Neues zu entwickeln. Und genauso hoffe ich, dass die Fehler von Harry Potter und von J.K. Rowling dafür sorgen, dass andere Autoren durchdenken, was sie tun, und dass wir dadurch vielleicht eine Chance haben, dass dieses Wunder und dieser Zauber von Harry Potter aufgegriffen wird und zu etwas gemacht wird, was weniger dunkel und hasserfüllt ist. Außerdem sollten Autoren lernen, dass Nazi-Verschwörungstheorien nicht die Grundlage für eine Game-Story sein sollten. Jesus fucking Christ. Vielen Dank.